600 Meter bei den Männern So schneller sind sie nett an Mal schauen, wie er da mit ihm an Wer noch mit ihm dabei ist Wir sind in der Corona wieder Zeit zum Einflatschen Hier auf der Tribüenseite Mit den kleinen Häschen unterwegs Und mit der 542 Hugo Santa Cruz Mit der 549 Das ist Roland Christen Und nach 50, 51 Sekunden Ist man durch Und Hugo Santa Cruz Der Mann von LC Napasville Ganz deutlich vorn 1,46,95 Seine Bestleistung Kann er das durchziehen? Ich denke auch, es ist ein Schweizer Sieg heute Für Hugo Santa Cruz Von LC Napasville Schauen wir auf die Zeit Eine Minute Und 16 Und erwartet jetzt gleich noch die offizielle Zeit